Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute wieder reingeklickt hast, um mit mir zusammen zu quizzen, zu puzzeln, zu raten und vielleicht sogar etwas dazu zu lernen. Heute Nachmittag war ich im Wald, habe versucht, ein bisschen Kien sparen zu finden, weil ich meinen Kamin gerne mit natürlichen Materialien anmache und nicht so gerne die Anzünder aus dem Supermarkt kaufe. War nicht so mördermäßig erfolgreich. Dafür habe ich aber, glaube ich, ein paar super interessante Fragen für das Quiz gefunden. Ja, Dex, das Quiz kommt heute am Samstag raus, nicht am Mittwoch, weil ich am Mittwoch unbedingt das Video, was da gekommen ist, vorher rausbringen wollte, weil ich irrsinnig auf die Reaktion gespannt bin und ich echt nicht noch drei Tage warten wollte. Das ist der einzige Grund. Normalerweise kommt mein Quiz weiter wie gewohnte einmal im Monat Mittwochs. Ihr kennt die Regeln, fünf Fragen. Bei den ersten vier gibt es jeweils zwei Punkte, wenn ihr es direkt wisst, einen Punkt, wenn ihr anhaltet und kugeln müsst. Am Ende kommt der Watchmax mit zwei Punkten pro Uhr, also insgesamt vier Punkten beziehungsweise eine Punkt pro Uhr, wenn ihr euch im Internet Vergleichsbilder anschauen wollt und mein Video zwischenzeitlich pausiert. Jetzt ohne lang rumzuschnacken, die erste Frage. Was ist keine Variante der mechanischen Kalenderkomplikationen bei Armbanduhren? 25 Sekunden ab jetzt! Ich denke, das war jetzt nicht so monsterschwer. Es gibt natürlich keine 28-Tage-Repetition, weil jeder ordentlich funktionierende Kalender jeden Monat 28 Tage anzeigt. Als einfacher Kalender wird der Kalender bezeichnet, der üblicherweise nur den Tag und vielleicht auch also das Datum, die Zahl und vielleicht auch den Wochentag noch anzeigt. Das ist also die einfachste Form der Kalenderanzeige. Beim Vollkalender kommt noch der Monat dazu, eventuell die Kalenderwoche oder das Jahr. Der Vollkalender muss aber regelmäßig korrigiert werden vom 30. auf den 31. Das erfolgt nicht automatisch. Beim Vierjahreskalender läuft die Uhr vier Jahre lang, ohne dass man sie stellen muss. Das heißt, sowohl der 28. Februar als auch 30 31 Tage des Monats werden berücksichtigt, aber nach vier Jahren beim Schaltjahr muss einmal manuell korrigiert werden. Und der ewige Kalender berücksichtigt sogar das Schaltjahr. Er läuft zwar nicht ewig, aber mindestens mehrere Jahrzehnte ohne Probleme unter jeweiliger Berücksichtigung der Schaltjahr und des 29. Februars. Kommen wir doch direkt zur nächsten Frage. Wann wurde die erste Spiralfeder aus Silizium in einer Serienuhr verbaut? War das A 1931, B 1983, C 2001 oder D 2006? 25 Sekunden. Ab jetzt. Die Antwort ist relativ simpel. Die erste Spiralfeder aus Silizium wurde tatsächlich erst 2006 von Patek Philipp in einer Serienuhr verbaut. 1931 hingegen gab es zum allerersten Mal eine Nivarox-Spirale in einer Armbanduhr. 1983 gab es die erste G-Shock und 2001 hat Ulysse Nadin Hemmräder aus Silizium verbaut, aber eben keine Spiralfeder aus Silizium. Der Vorteil von Siliziumfedern ist, sie sind härter, dünner, belastbarer, damit werden sie leichter, sind stoßresistenter und weniger anfällig für Beschädigungen und zudem auch noch wesentlich genauer in ihrer Funktionsweise. Ja, so viel dazu und schauen wir doch direkt zur nächsten Frage. Viele von uns sind immer wieder begeistert und sehr stark daran interessiert, dass Uhren gut und lange leuchten. Die Leuchtmasse C3-X1 gilt wohl als die derzeit beste Leuchtmasse aus dem Hause Superlumino war. Aber wofür stehen die Bezeichnungen C3 und X1 eigentlich? Eine grobe Einschätzung reicht mir hier. 25 Sekunden ab jetzt. Ja, das ist etwas, über das immer mal wieder gerätselt wird. Fragen kommen auf. Dabei ist es relativ simpel. Superlumino war wird mit zwei unterschiedlichen Bezeichnungen klassifiziert. Einmal die Farbe der Leuchtmasse und die Leuchtintensität. Das ist die erste Bezeichnung und dafür steht C3. Und dann gibt es noch die Qualität der Leuchtmasse und die unterscheidet sich in den Standardgrad, in Grade A und in Grade X1. Und der bezeichnet, wie lange die Leuchtmasse tatsächlich leuchtet. Und X1 ist die höchste Leuchtmasse, lässt sich wesentlich leichter und schneller aktivieren und leuchtet nach zwei Stunden noch um 60% heller als die vorherige höchste Leuchtmasse Grade A. Also hier geht es schneller, die Leuchtmasse zu aktivieren und sie leuchtet viel länger hell. Die unterschiedlichen Stufen C3, BGW9, als die blaue. Das sind so die Bezeichnungen, wie die Farben sind und auch wie hell die Leuchtmasse an sich leuchtet. Und ich habe euch hier mal ein Bild eingeblendet. Da könnt ihr sehen, wie die einzelnen Bezeichnungen nicht aktiviert auf dem Ziffernblatt erscheinen. Ihr seht also C3 hat einen ganz, ganz leichten gelblich-grünen Stich, wenn sie nicht aktiviert ist. BGW9 ist hart weiß, leuchtet aber blau. Und hier auf der Übersicht könnt ihr also sehen, wie die Leuchtmasse bei Tageslicht auf dem Ziffernblatt aussieht und wie stark die relative Leuchtkraft ist. Ich hoffe, dass euch das ein klein wenig hilft und ein bisschen Klarheit in die Bezeichnung C3X1 gebracht hat. Schauen wir doch direkt zur nächsten Frage. Was ist ein Markenzeichen der Uhren von Lang und Heine? 20 Sekunden ab jetzt! Ja, ich glaube, das haben ganz viele von euch gewusst. Denn Lang und Heine habe ich ja schon in dem einen oder anderen Video mal erwähnt. Bei Lang und Heine ist es tatsächlich so, dass der Bandanstoß drei Hörner hat. Die beiden üblichen an den Außenseiten sowie ein drittes in der Mitte. Der Saphirglasrotor, den gibt es bei Lehmann Uhren. Vegane Uhrenanwände habe ich mir ausgedacht. Edelsteinen-Cabouchons bzw. Cabouchons auf der Krone Allgemeinen findet man z.B. bei Temption und Sekundenzeige aus massivem Gold. Gibt es wahrscheinlich bei einer ganzen Menge Luxusuhren. Bei Lang und Heine ist mir das als Markenzeichen zumindest nicht bekannt. Habt ihr es gewusst? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, und jetzt kommen wir zu einem Watchmorph, von dem ich persönlich glaube, dass er echt lösbar ist. Der Watchmorph ist ja oft, für mich persönlich zumindest, der schwierigste Teil meines Quizes. Aber dieser hier ist, glaube ich, wirklich lösbar. 25 Sekunden ab jetzt. Und, habt ihr es erkannt? Habt ihr rausgefunden, welche beiden Uhren ich euch hier zeige? Ja, ihr seht jetzt hier, es ist eine Sinn und eine Stowa, aber welche von beiden? Bei der Stowa handelt es sich um die Icarus, eine wunderschöne graue Uhr. Und bei der Sinn handelt es sich ebenfalls um eine graue Uhr, und zwar um die Jubiläumsversion der Sinn 5.5.6. Beides wunderschöne Uhren. Die Icarus gibt es noch. Die Jubiläumsuhr der Sinn gibt es nur noch gebraucht, wenn man danach sucht. Beide Uhren finde ich wirklich wunderschön, gut zu tragen. Und ich habe auch beide im Übrigen, insofern kann ich das also auch wirklich beurteilen. Die Sinn hat damals gekostet 1160 Euro, war ausgestattet mit dem ETA 2824-2 mit einem Durchmesser von 38,5 mm. Die typische Sinn 5.5.6 Maße bis 200 Meter wasserdicht. Also eine typische Sinn mit zwei oder drei Unterschieden. Sie hat kein Datum, sie hat in Edelstahl gefasste Zeiger und sie hat gefasste und applizierte Indizes. Also etwas aufgewertet, ähnlich wie die IB, die blaue, oder die IM, die maron- oder braunfarbene. Das sind die Varianten der 5.5.6, die etwas aufgewertet sind im Vergleich zu der normalen 5.5.6i oder A. Die Icarus kostet 740 Euro, hat einen Durchmesser von 40 mm, eine Höhe von 10,2 mm und ist nur bis 5 Bar wasserdicht. Leuchtet leuchtet aber extrem hell und super gut in der Nacht. Das kann ich sagen. Und das ist auch eine Uhr, die mich von der Leuchtkraft her extrem beeindruckt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie viele Punkte ihr gemacht habt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Und mal schauen, ob vielleicht dieses Mal mehr dabei sind, die die volle Punktzahl erreicht haben. Und schreibt mir auch gerne, welche Bereiche der Uhrenwelt ihr vielleicht im nächsten Quiz sehen möchtet. Ich habe noch eine ganze Menge Ideen, aber vielleicht bringt ihr mich ja auch auf neue Ideen. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.